Kaputt. 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 Und Wurzel. Hau. Brenn. Wurzel. Yeah. Okay. Vitalität. Mehr Wahrnehmung. Kleines bisschen Macht. Brauchen wir mit Gerogon wirklich Macht? Nee. Brauchen wir nicht. Er muss ja nicht wirklich Schaden machen. Also klar ist immer schön, wenn auch Support-Charaktere mehr Schaden machen, aber nee. Er muss denken können und er muss mit seinen Spezialangriffen treffen können. Schaden ist nur eine Nebenerscheinung. So, leichte Rüstung hast du noch keine. Musst unbedingt näher leichte Rüstung trainieren. Dafür brauchen wir Experte im magischen Foki. Das dauert bei denen noch. Genau. Bei beiden. So. Was? Kein Stufmann steht bei Gerogon? Wie? Achso, hatte ich ja gerade gemacht. Äh. Steigert den Schaden um 4? Steigert den Schaden um 10? Mit Schwertern? Oder allgemein? Nein. Hier steht euer Angriffswert mit Schwertern steigert sich. Ja, okay. Schade. Sonst hätte es nicht sein können, dass wenn ich jetzt Streitkolben erhöhe, dass wir ihn trotzdem auch mit anderen Waffen eine höhere Chance haben zu treffen, weil wir vielleicht mehrer Waffengattungen gewöhnt sind oder so. Aber nee, anscheinend nicht. Gut. Ausdauer. Schwere Rüstung, schwere Rüstung. Weil ich glaube, selbst die erste Rüstung zieht schon 10 Punkte oder so ab. Wir sind jetzt gerade mal bei 8. So. Trick. Vitalität, Vitalität, Geist. Okay, nicht Macht. So. Bestätigen. Du genauso. Vitalität auf 12 bringen. Anderer Bein steigern. Vitalität auf 12. Anderer Bein steigern. So. Luft bist du auf Expertenrang. Quasi. Magischer Fuki. Crit Chance erhöhen. Oder mehr Mana. Mehr Mana ist wichtiger. So. Fertig. Jo. Du. Erdmagie Höhen. Ausdauer ruhig mal freischalten. Schaden tut es nicht. Du. Kannst ausreichen Ausdauer auch mal freischalten. Und Feuer so hoch bringen, dass du theoretisch Experte werden könntest. Verstetigen. Sieht komisch aus hier. Aber ist alles nichts besonderes. Wir waren die Banditen, ne? Wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich die ganzen Spinnen und Wölfe wegmachen. Da sind die Banditen. Gehen wir den anderen Weg. Oh, Kiste. Und Gegner, die hinter uns spawnen. Aber nur Wölfe. Okay. Verteidigen. 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 Na also. Verteidigen. 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 Zuerst. Brützeln. Keine Zauberung mehr. Brützeln. Oh. Quatsch. 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 Genau. Schön unten bleiben. Vier Essen haben wir noch. Oh. Du Schutzschild. Schieß. Schieß. Keiner trifft. Ich glaube, so wird das nix. Da müssen wir rauflaufen. Oh. Schild ist weg. Au. Zerschmettern. Hauen. Giftteilung bei der selber. Brützel. Hauen. 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 Brützel. So. Hier ist die Räuberbande. Und dann gehen wir noch nicht rein. Nee, 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 nee. Erstmal hier die ganze... Da hat sich schon mit einem Baum bewegt. Sehr verstörend. Ja, aber wir gehen da nicht rein. Wir gehen noch nicht in den Leuchtturm. Gucken Sie erst mal hier oben zu Ende. Bring jede Spinne, jeden Wolf um. Blümmer in jede Kiste, jede... Ah, genau. Jedes Fass, alles. Alles, alles, alles. Äh, verteidigen. Feuer. Wurzeln. Puh. Jetzt brützeln wir sie. Komm her. Oh. Keine... Das war jetzt doof. Der eine war gewurzelt, der konnte gar nicht reinlaufen. Äh... Oh, sehr schöne Armbrust. Du... Armbrust. Da. Vier bis sechs Schaden. Besser als drei bis fünf. Speer macht definitiv mehr Schaden als so ein kleines Ding hier. Dein Bogen macht acht bis sechzehn. Acht bis sechzehn. Du bist die einzige, die einen Bogen benutzt. Okay. Das heißt, der Bogen kann weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Ihr macht nichts. Richtig. Ich will jetzt nicht aus Versehen irgendeinen Ring oder Amulett wegschmeißen, beziehungsweise verkaufen, was was ganz Tolles macht. Aber dann müsste es ja eigentlich magisch sein. So. Buffs brauchen wir nicht. Die Insel da hinten. Das war ja eigentlich mein erster Plan gewesen, bevor ich einen taktischen Rückzug gemacht habe und dann der Brunnen hier leer war und wir zum nächsten Brunnen gegangen sind. Äh... Wo ist der Zugang zu dem Ding? Da hinten irgendwo. Ah, da ja. Tun, 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 tun. Hat sich schon wieder bewegt. Ich bin nicht verrückt. Die Bäume bewegen sich. Ganz eindeutig. Aha. Oh, alle vier. Okay. Wir haben Piu. Piu, Piu, Piu. Schießen, schießen. schießen brennen schießen 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 brennen und ich glaube ich können mir jetzt doch mal einen kleinen zaubertrag mit der rück schießen kein groß nee klein wurzeln die waff widerstanden ja okay du bist doch ein komisches phasen ding ist so vieles auch noch schießen so bei euch wird zuerst gewurzelt und jetzt zwei ziele seid dann gespalten die zauberpunkte sind schon wieder weg die er getrunken hat stimmt da habe ich darauf geachtet es könnte sein dass sie die anzahl an zauberpunkten pro flasche reduziert haben wohl die 100 die bringen nur noch 100 50 ok weg weg genau kommt da schön dazu wenn die alle getroffen ritzel ach schräge fällt erzählen gar nicht egal ob eine wand ist oder nicht wir hatten das vorhin ja kurz getestet gehabt da standen wir quasi hier und wollten das feld da treffen also schräg rechts von uns das ging nicht weil da eine wand hier war aber es geht auch nicht wenn da keine wand ist also diese flächendinger machen echt nur angrenzende felder so die vier angrenzenden felder nicht die acht angrenzenden felder so du spalt wenn du brütze hauen feuer hauen und weg haben gleich schon wieder level ab und genau deswegen wollte ich auch nicht da zu den dieben jetzt schon hingehen wir können hier draußen erstmal richtig schön leveln und beute machen so was machst du am elras tag sollte hierher kommen ja jetzt wissen wir immer noch nicht was elras tag ist und ich schlafe lieber mal eure reise beginnt vor den toren von seehafen gut kiste lehrlingsstürmer das ist ein helm oder jo du hast ein helm du hast kein helm sind das bessere schuhe nein rüst wird eins rüst wird gar keiner weg 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 unser gefahrensinn springt an obwohl hier gar nichts ist denn hier war glaube ich der drache wegen der baum der drache war hier da das ganze spiel schwieriger geworden ist denke ich auch mal dass der drache schwieriger geworden ist richtig schön für gold das heißt den drachen sparen wir uns jetzt mal wir können schon mal aufschreiben da 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 das kann weg das kann weg das kann weg das kann identifiziert werden und wenn das mit dem gold so weiter geht beziehungsweise wir das hier alles verkauft haben dann haben wir eventuell schon genug für den permanenten trank das wäre schick hier ist nix 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 das das ist neu oder in der letzten version waren hier glaube ich keine also keine vordertür oh oh zweite gruppe gepolt äh shit feuer wurzel aua du pritzel hauen brennen wurzeln ich glaube wenn wir gleich zurück in die stadt gehen können wir mal mit owen sprechen der hatte doch den auftrag ich glaube er hieß owen der hatte den auftrag mit dem äh bestiariums buch das müsste ja jetzt schon voll sein quasi au 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 spalten brennen leveler britzel start bekommen ja hast du hauen brennen rufen auf tick britzel schlagen brennen wurzeln und fertig gut gut also wahrnehmung wahrnehmung wie steht geist geist magie geist geist magie du geist geist magie magie so jetzt weiter mystic könnten wir erhöhen ja mystic so hoch bringen dass wir theoretische experte werden könnten du ich weiß nicht ob wir wassermagie überhaupt trainieren müssen äh fein zu eisblock machen gigantische flutwelle körper und geist von den meisten krankheiten befreien okay das wiederum klingt wichtig äh leichte rüstung ff ja leeren lassen bitte widerstand gegen alle magie schulen kannst du auch ziemlich hoch euch zugefügter kritischer schaden vermittelt sich um 15 prozent des normalen schadens ausweichen ausweichen freischalten und noch ein bisschen mystic so du bitte freischalten hast du schon alles okay guter trick äh feuer kannst du nicht mehr dann mystic für mehr feuer stetigen rüstung fertig da will ich jetzt nicht nochmal hingucken und hier ist noch ein dungeon mysteriöse krypta oh ich glaube ich weiß was das ist sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön ja da gehen wir mal rein